hi freunde und herzlich willkommen hier bei archie gaming flow wieder am start heute gibt es die foot champs rewards weekend league rewards monat rewards sind diesmal auch mit am start und ja wenn ihr das video wenn euch das video gefällt dann lasst gerne like da kommentieren nicht vergessen und gerne auch abonnieren die glocke gerne auch aktivieren dann verpasst ihr kein video mehr von uns und dann würde ich sagen gehen wir direkt rein foot champs rewards sind da zum abholen und heute hoffen wir natürlich wieder auf peckluck und ja hashtag peckluck in die kommentare und wie gesagt gerne like da lassen jetzt hier erstmal gold 1 haben wir so abgeschlossen das trikot bekommen wir unter das set mit den roten in forms drin und dann hier für die woche foot champs weekend league rewards gold 2 haben wir dann diese woche erreicht seltene gold set sind zwei seltene mega sets nach 45.000 münzen ja und das gold trikot würde ich sagen aktiviert wir direkt mal als heimtrikot ja ich würde sagen heimtrikot auf jeden fall und ja schauen wir mal wie viele gegner werden damit bekommen oder ob es dann doch wieder ändern müssen aber natürlich sind wir logischerweise wieder qualifiziert für die weekend league und falls ihr mehr von solchen videos sehen wollt wie ich die wochen packs immer aufmache schreibt es gerne in die kommentare und dann würde ich sagen die premium gold sets die habe ich eben schon gemacht die waren durch eine prime icon spc sind wie gesagt 7.5k setz nur aber ich dachte fürs video hauen wir die auch noch mit raus dann ist hier so ein kleines pack opening am start und hier schon mal kein schlitz kein walkout noch nicht mal ein seltener spieler dankeschön jay schade was haben wir hamuma und ja hier spc wird sich dafür bestimmt finden die wappen und so weiter stoße ich ja immer ab ich will den verein so sauber wie möglich halten und dann geht es weiter mit dem premium gold set hoffentlich jetzt mit dem seltenen am start jawohl ein seltener ist mit am start und es wird spanisch linksverteidiger es wird costa ok für die 1 spc auch sehr sehr gut halten berg auch noch und ja sonst noch marksman am start das wappen immer gern abstoßen bewerten und kommentieren nicht vergessen denkt dran leute wird mich sehr sehr freuen und dann geht es jetzt hier an die richtig krassen picks seltene gold sets die zwei mega seltene mega setz hoffentlich jetzt pecklack am start seltene gold set wird geöffnet es kommt roter kein kein flair leute drei seltene oder was warum sind da drei flares rausgekommen ok es wird ein brasilianer das ist tyson 92 tempo lassen lassen drin sein nein zwei teamfitters karten und costa packen auf die transferliste und dann würde ich sagen die wappen brauchen wir nicht mehr abstoßen stadt und behalten wir einfach mal ztm ztm ist das was wert vielleicht ist auch wegen der liegen nicht wegen der liegen spc war und sonst würde ich sagen tyson nehmen wir mit für eine weitere spc und gehen direkt in die weiteren packs 50 likes wenn wir das schaffen würden würde uns sehr freuen und auf instagram könnt ihr euch könnt ihr uns auch gerne gerne folgen archie gaming heißen wir da also schaut da auch mal gern vorbei und jetzt geht es weiter mit einem walkout hoffentlich wenn da sind die boards sind schon mal da spanien anduris das ist anduris ok 70 tempo 83 pass auch wieder wegen den legenden spcs die eben rausgekommen sind und man muss da ja wieder 86er teams 84er greatest team und so ok da auch noch am start schneider viviano pürlo hatte ich eben noch in der spc benutzt das weiß ich noch und sanchez gucken mal nach ob der pürlo ja der pürlo ist was ist da los ok da macht einer coins auf einem anderen account alles klar cater ist auch nichts mehr wert oder leute hat münzen auf den geboten mal gucken wir den mal nach schein silber aus der türkischen liegen auch 4k also der ist ja wegen der liegen spc anscheinend was teuer den kriegen wir auf jeden fall direkt raus bestimmt für dreieinhalb bieten wir mal an auf dem markt sollte direkt rausgehen ist sanchez noch was wert der hatte doch irgendwie die price range auf 12.000 der ist gar nicht mehr wert ok also den können wir auch für eine spc mit benutzen später mal jeden dienstag kommen ja top partien raus ihr wisst bescheid und ms z m ich weiß dass ich eben einen benutzt hatte woher 1500 das nehmen wir auf jeden fall gerne mit kann auch mal eben gleich im verein gucken ob wir da noch mehr im verein haben und die trikots obwohl da steht xbox drauf seattle sunders bald immer mal im verein oder einfach aus spaß und ja anduris wie gesagt hat man eh schon einmal im verein da können wir überlegen beide zu verkaufen und ja schaue ich nach einmal nach wie viel der denn wert ist genau und dann gehen wir direkt ins nächste mega set öffnen wir es und es kommt oh das weiß er das ist eine legende oder was jetzt es wird eine inform brasilien zdm alter das fernandinho wie geil ist das denn mega nice der ist auf jeden fall über 100.000 münzen wert es hat sich jetzt schon gelohnt weekend league zu zocken ohne witz leute mega geil richtig hammer also dafür erstmal ein fettes like raushauen oh mein gott was ist der wert peckluck ist mal wieder am start bei uns ich sag's euch immer wenn ich ein video mache peckluck ist am start 155 auf den eben geboten boah da schauen wir direkt erstmal nachher nach was für was der weg geht bullshare das sind alles also der könnte vielleicht noch was wert sein auf französische liga aber oh mein gott wir ziehen einfach fernandinho was ist da los leute puh krass das hätte ich nicht gedacht den bieten wir an für 2000 münzen und dann würde ich sagen schauen wir uns den noch eben an oh mein gott wenn wir gleich so viel peckluck haben bei dem anderen pack dann sag ich nicht nein aber ja schauen wir einfach mal auf jeden fall kann ich gut damit mein team aufrüsten hier haben wir noch schön team fitness karten also mit fernandinho mit dem verkauf oh mein gott ich kann euch beim nächsten video wenn ihr es sehen wollt schreibt mal gerne in die kommentare mein team auch mal zeigen also ja schreibt es wie gesagt in die kommentare dann beim nächsten rewards video packe ich euch das team auch mal ins video damit ihr mal seht was ich für ein team überhaupt benutze in der weekend league und dann würde ich sagen gehen wir jetzt in das eine set vielleicht wofür ihr überhaupt da seid oh mein gott fernandinho was ein spieler was für eine karte es hat sich schon genaut einfach hammer schreibt auch in die kommentare was ihr zählt mich würde es sehr sehr freuen mich würde es sehr sehr interessieren vor allen dingen gold 1 foot champions set 5 objekte drin und es kommt raus let's go EA bitte Gabriel Jesus oder sonst wer noch ein Brasilianer wäre nett es wird Belgien Rechtsverteidiger das ist Münje oder Münje ok es ist nicht der beste aber wir schauen mal auf die Werte 80 Tempo 79 Schuss 78 passen also es ist auf jeden Fall ein guter Allrounder zum einwechseln fürs mittelfeld fürs defensiven mittelfeld für die verteidigung generell Bankspieler wollte ich sowieso in erster Linie ziehen oh wir ziehen auch Brand Gustavo Belushi und Elionussi ok Elionussi in Form habe ich sowieso im Verein gehabt um den mal zu testen den kann ich also auch noch schön nice verkaufen Brand ich weiß nicht ob der mir vielleicht zu langsam ist mit 85 Tempo Münje sieht nice aus Brand auch 4 Sterne 4 Sterne nur Mittel Mittel leider und Elionussi den ich eh schon kenne Belushi würde ich sagen und Louis Gustavo sind ja die schlechtsten obwohl Louis Gustavo mit dem Def und Physis Wert natürlich auch relativ nice sind aber ich würde sagen die drei hier auf jeden Fall die sind ganz ganz nice und die kann ich auch mal als Bankspieler benutzen klar es ist jetzt kein übermäßiger Hammer in Form geworden bei den roten roten Infokarten aber ich denke mal ich denke ich kann mich nicht beschweren bei Fernandinho und den einen Silberspieler haben wir anscheinend schon verkauft jawohl Schein ist raus und dann würde ich sagen bin ich auch raus ciao Leute euer Flo von Archie Gaming bis zum nächsten Video 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 Untertitelung des ZDF, 2020